Das Schilfrohr Trin, SYN, Fragmentis communis Trin ist eine weltweit verbreitete Art der Süßgräser und wird auch allgemein als Schilf bezeichnet. Es werden drei Unterarten unterschieden, die alle auch in Europa vorkommen. Merkmale Das Schilfrohr ist ein Rhizome geophyt und eine Sumpfpflanze. Die Normalform Fragmentis australis wird maximal vier Meter hoch. In der Hauptwachstumsperiode des Schilfrohrs verlängern sich die Rhizome an der Spitze täglich um bis zu drei Zentimeter. Die ältesten Rhizomteile sterben jeweils ab. Die Blätter des Schilfrohrs haben statt des Blatthäutchens einen Haarkranz. Die Abflachung der zunächst wie die Blattscheideröhrigen Spreite erfolgt durch ein Gelenk. Das Schilfrohr ist ein Rispengras. Die Blütenrispe kann bis zu lang werden. Die Pflanze ist windblütig vom langstaubfähigen Typ. Die Blütenärchen haben am Grunde männliche, darüber zwittrige Blüten. Die Blütezeit reicht von Juli bis September. Die Ärchenachse der Früchte hat lange abstehende Haare. Die winzigen Fruchtherchen verbreiten sich als Schirmchenflieger. Auch eine Schwimmausbreitung und eine Wasserhaftausbreitung ist möglich. Die Früchte sind frühestens im Dezember reif. Der Fruchtansatz ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Er ist auch vom Standort abhängig. Die Früchte sind Lichtkeimer. Die Keimungsrate liegt ca. bei 80%. Die Keimfähigkeit bleibt 1 bis 4 Jahre erhalten. Die Benetzbarkeit der Blattoberfläche ist gering. Wasser perlt in Tropfen ab, wie es auch bei Lotusblumen beobachtet werden kann und nimmt dabei auf der Oberfläche anhaftende Schmutzpartikel mit. Die vegetative Vermehrung erfolgt in starkem Maße durch die bis zu 20 Meter langen Ausläufer sowie durch niederliegende, sich an den Knoten bewurzelnde Halme. Ganze Schilfbestände stellen oft nur eine einzelne Pflanze dar. Im Donaudelta fand man Pflanzen, deren Alter auf ca. 8000 Jahre geschätzt wurde. Große Schilfbestände bieten zahlreichen Vögeln Schutz. Bei Nährstoffüberschuss verdrängt das Schilfrohr jedoch die übrige Ufervegetation. Bei allzu starkem Nährstoffeintrag bricht die Population allerdings auch wieder zusammen und wird beispielsweise von Eutrophierungszeigern wie dem großen Wasserschwaden ersetzt. Will man aktiv zur Vermehrung von Schilfbeständen beitragen, muss man im Sommer Halmstücke mit 1 bis 3 Knoten abschneiden und diese in wenige Zentimeter Tieferinnen im Uferbereich eingraben. Nach einigen Wochen bewurzeln sich die Stängelknoten und es bilden sich Tochtersprosse aus. Schilf bildet an Seen und Gräben natürliche Monokulturbestände. Sind Wasserversorgung und Nährstoffangebot günstig, verdrängt er durch seine Dominanz andere Wildkräuter und Gräser. In den oft riesige Flächen bedeckenden, natürlichen Monokulturen des Schilfrohrs regulieren sich tierische Schädlinge selbst. Die Raupen der Schilfweule klettern fressend in den Internodien nach oben und zerstören auch den Vegetationskegel an der Spitze. Wegen der damit verbundenen Ausdünnung des Bestandes werden in den Folgejahren zahlreiche dünne Halme gebildet, sodass die Schilfweulenpopulation an diesen Stellen zugrunde geht. Im Wurzelstock der Pflanze konnten die psychoaktiven Entheogene Dimethyltryptamin und Bufotene nachgewiesen werden. Unterarten Manche Autoren unterscheiden folgende Unterarten Das Schilfrohr kommt häufig und beständig in der Röhrichtzone stehender und langsam fließender Gewässer bis zu einem Meter Wassertiefe vor. Daneben auch in Quämmuren, auf Moorwiesen oder in Erlenbruch und Weidenauenwäldern. Es liebt nicht zu kalte Schlick- und Schlammböden, die stickstoffhaltig und basenreich sein sollten und verhältnismäßig sauerstoffarm sein können. Reißende Hochwässer erträgt es nicht. Gemäß dem Ökologen Heinz Ellenberg ist die Art ein Wärmezeiger, ein Wechselwasserzeiger und eine Klassencharakterart der Röhrichte und Großsegensümpfe. Auf nicht überfluteten Standorten zeigt es bewegtes Grundwasser an. Als Tiefwurzler ist es aus vernästen Äckern schwer zu vertreiben. Jedoch sterben verletzte Schilfrizzome bei langanhaltender Überflutung ab, wenn Wasser in das Durchlüftungsgewebe eindringt. Ähnlich verhindert ein hoch anstehendes Grundwasser ein Tiefenwachstum der Rizome. In den Allgäuer Alpen steigt es in Bayern zwischen Ruhrmoos und der Neunpisenalpe bis zu 1260 Meter Meereshöhle auf. Die Art spielt bei der Verlandung von Gewässern eine große Rolle. Zwischen den dichten Halmen sammelt sich mit der Zeit viel Schlamm an und führt langsam zur Verlandung. Wirtschaftliche Nutzung Die jungen Sprossen werden in einigen Gebieten als Gemüse verwendet. Wobei der typische Schilfgeschmack dieser Süßgrashart allerdings gewöhnungsbedürftig ist. Auch Mehl zum Brotbacken kann man aus den getrockneten Wurzeln herstellen. Neben dieser Nutzung spielt Schilfrohr vor allem eine Rolle als Naturbaustoff. Schilfrohr dient in Form von Rät als Dachdeckmaterial und in Form von mehrschichtigen Schilfrohrplatten oder einfachem Schilfrohr als Putzträger. Als Baumaterial im Lehmbau Das Schilf nimmt keine Feuchtigkeit auf und verrottet daher nur langsam. Es ist stabil und aufgrund seiner griffigen Oberflächenstruktur ein ausgezeichneter Putzgrund. Aufgrund seines Gehalts an Kieselsäure ist Schilf überdies brandhemmend. Weitere Bauelemente sind Dämmstoffe für die Außen- und Innendämmung, Schilfrohrgewebe oder Trennwände für den ökologischen Trockenbau. Dünne Matten aus Schilfrohr dienen zur Beschattung von Gewächshäusern, dickere als Wärmedämmung oder Windschutz. Die Art wird auch zur dekorativen Gestaltung von Uferpartien als Zierpflanze und zur Landgewinnung eingesetzt. Theoretisch ist auch eine energetische Nutzung von Schilfrohr beispielsweise für die Gewinnung von Biogas oder als Ligno-Zellulose-reicher Rohstoff. Für die Herstellung von Zellulose-Ethanol möglich. Schilf in der Abwasserreinigung Pflanzenkläranlagen Schilf ist sehr gut für die Bepflanzung einer Pflanzenkläranlage geeignet. Es wirkt durch die große Blattoberfläche und durch die Sauerstoffabgabe holer, luftführender Stängelteile unter Wassergewässer reinigend. Der Sauerstoffeintrag fördert den mikrobiellen Abbau organischer Substanz durch aerophile Bakterien, welche in großer Menge an den Wurzelhaaren des Schilfes siedeln. Bodenfilter Auch Retentionsbodenfilter werden häufig mit Schilf gepflanzt, um eine Leistungssteigerung zu erzielen. Der Schilfbewuchs soll durch sein permanentes Rizomwachstum das Abstrat lockern und so das Kollmationsrisiko senken. Eine intensive Durchwurzelung erhöht die Reinigungsleistung des Filters. Da Sauerstoffeintrag und Wurzel-Exodate eine Stimulation des mikrobiellen Schadstoffabbaus in der Rizosphäre bewirken. Gleichzeitig werden mehr der Bodenlösung entzogen. Eine etablierte Schilffläche transpiriert 800-1000L Wasser- und Vegetationsperiode, wodurch sich die Sickerwasserbildung im Bodenfilter entsprechend reduziert. Dies begünstigt die Sorption und durch die längere Kontaktzeit auch Wurzelaufnahme und biologischen Abbau. Die geschlossene Vegetationsdecke verbessert durch Beschattung und Isolation das bodennahe Mikroklima. Unter abgestorbenem Schilff finden Bakterien auch im Winter noch Temperaturen um plus 5 Grad Celsius vor. Schilfhalme wie auch kontinuierliche Streuzufuhr weitmarschiger Vegetationsreste bilden auf Bodenfiltern einen oberirdischen Raumfilter. Seine Sedimentationsoberflächen ergänzen die eigentliche Substratfiltration und schützen den Filter zusätzlich vor äußerer Kollmation. Ein wesentlicher Nachteil des Einsatzes von Schilf in Bodenfiltern ist, dass Bodenfilter aufgrund der periodischen Zufuhr und kurzen Verweilzeiten des Wassers nicht zu den idealen Besiedlungsräumen des Schilfgrases gehören. Hohe Ausfälle beim Bewuchs auf den zeitweise trockenen Bodenfiltern sind die Folge. Dadurch ist eine optimale Reinigungs- und Filterwirkung in Bezug auf das zugeführte Abwasser durch die geschwächte Schilfvegetation nicht gewährleistet. Daneben ist Schilf empfindlich gegen mechanische Belastung, insbesondere gegen Knickbeanspruchung. Schilf wird bei der Einriffskompensation nach 8a Bundesnaturschutzgesetz von Naturschutzstellen positiv beurteilt. Im Gegensatz zu konventionellen Lösungen wurden schilfbepflanzte Filter selbst in Natur- und Landschaftsschutzgebieten zugelassen. Daneben können schilfbepflanzte Bodenfilter in Kombination mit Grünflächen und Grünpflastern zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen für Neubaugebiete vermeiden helfen, was bei Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen zunehmend Bedeutung erlangt.